Der Game Pass hat ja einige Spiele mittlerweile für uns alle bereit und wie ihr seht hier im Hintergrund kürzlich hinzugefügt, zum Beispiel Robin Hood, Sherwood Builders oder The Callisto Protocol oder Lords of the Fallen. Interessante Titel auf jeden Fall dabei, demnächst verfügbar, zum Beispiel Flintlock, The Siege of the Dawn. Und heute im Video möchte ich mit euch über meine Highlights sprechen, die für viele interessant sein könnten, die dem Kanal auch schon länger folgen. Deshalb schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir gucken uns die einzelnen Games, die Highlights für 2024 jetzt an, zusammen mit Gameplay-Szenen, wenn denn welche vorhanden sind und natürlich den wichtigsten Eckdaten und Informationen, damit ihr selber einen Überblick bekommt und entscheiden könnt, ob ihr Bock auf ein neues Game habt, was vielleicht demnächst auch im Game Pass erscheint. Viel Spaß! Als erstes sprechen wir über ein Action-RPG passend zum Channel hier. Im Game Pass wird dieses Spiel am 18. Juli 2024 bereits drin sein. Also wenn ihr dieses Video findet, wahrscheinlich ist dieses Game schon für euch verfügbar. Flintlock, The Siege of Dawn heißt das Game und ihr spielt hier eine weibliche Protagonistin, Norwanek, das ist eine Soldatin, die allerdings nicht nur mit Flinte zum Beispiel und Nahkampfwaffen im Gefecht unterwegs ist, sondern auch magische Fähigkeiten zum Einsatz bringen kann und einen Begleiter dabei hat, den ihr hier auch bereits im Hintergrund immer mal wieder in Aktion seht, der sich hier hin und her teleportiert und so weiter. Also das soll auch eins von den Besonderheiten sein, die dieses Game mitbringt. Natürlich auch diese tolle Welt, die sich zum Erkunden lohnen soll. Es ist also ein Game so in Richtung, vielleicht nehmen wir mal ein Banishers. Weniger Leute haben das wahrscheinlich so auf dem Schirm oder Atlas Fallen oder natürlich God of War, wenn man natürlich jetzt hier ein sehr hochkarätiges Game in den Vergleich setzen möchte. Das Game, wie gesagt, wenn es im Game Pass ist, könnt ihr es kostenlos einfach ausprobieren, wenn ihr natürlich ein Game Pass besitzt, eh schon. Und ihr seht halt einfach, hier ist Action geboten, es ist Erkundung geboten, es gibt Hauptquests, es gibt Nebenquests. Es spielt in einer Welt, in der die Götter durch Portale in diese Welt eindringen und einen Kampf gegen die Menschheit führen. Also auch mal ganz interessant, mal ein bisschen anders. Und ja, was man hier sehen kann, finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Man darf natürlich gespannt sein, wie motivierend das Ganze ist und wie gut umgesetzt natürlich, wie es sich dann anfühlt, wenn man selbst die Hand dran anlegt. Um kurz noch ein paar Eckdaten zu nennen, Third Person, ihr seht es ja selber schon im Hintergrund, die Spieldauer soll etwa 20 bis 30 Stunden für die Hauptstory sein. Also eigentlich ein ganz guter Umfang. Wie es grafisch umgesetzt ist mit der Unreal Engine 5, nämlich wie viele Spiele heutzutage einfach die rauskommen gerade. Es ist kein Multiplayer vorgesehen für Flintlock, also eine reine Solo-Erfahrung, die ihr da erleben könnt. Es kommt für PC, Playstation 5 und Xbox Series XS raus, also auch für die Konsolenspiele unter euch ein Titel, der eventuell interessant sein könnte. Und ja, wenn ihr das nicht im Game Pass haben möchtet oder zocken wollt oder kein Game Pass habt oder gar keinen Bock auf den Game Pass hat, wird dieses Spiel so rund 60 Euro zu Release, Kosten meiner Informationen zufolge. Also das ist der erste Titel, wir gehen weiter zum zweiten. Als nächstes wird es auch richtig knackig mit Stalker 2 und dieses Game soll am 5. September 2024 im Game Pass auch erscheinen, nämlich für PC, Xbox, Series XS, aber nicht für Playstation meines Wissens, also hier exklusiv für die Xbox-Konsole. Gespielt wird in der First-Person-Perspektive. Es ist die Fortsetzung von dem ersten Teil natürlich Stalker, der Stalker 2 mit natürlich fantastischer Grafik, wie ich sagen muss. Es ist auch hier die Unreal 5 Engine, die zum Einsatz kommt in einer krassen Open World mit Ereignissen, die irgendwie in der Welt einfach aufploppen mal und dich überraschen können und dich herausfordern. Das ist natürlich eine coole Sache. Die Kämpfe sollen ziemlich realistisch ablaufen. Ihr seht auch gerade die Kameraführung, auch bei manchen Feindesbegegnungen sieht das schon ziemlich, ziemlich cool aus. Das spielt in der verseuchten Umgebung rund um Tschernobyl, also wie der Name schon sagt, kein Wunder in dem Fall. Hier sind auch Mutanten unterwegs und eure Sache ist natürlich, diese Umgebung zu ergründen und zu erforschen und Geheimnisse und Mysterien hier herauszufinden. Also wenn ich mir das so angucke, dann macht es natürlich schon richtig Spaß. Also ich denke, ihr freut euch ja auch schon, wenn ihr zuschaut und natürlich Stalker 1 gespielt habt. Der Umfang soll so 40 bis 60 Stunden im Durchschnitt bieten, aber auf der Entwicklerseite konnte ich auch finden, dass es offiziell verkündet wurde, um die gesamten Geheimnisse von dieser Open World zu entdecken, sollt ihr über 100 Stunden investieren können. Also das ist doch mal eine schöne Ansage und gerade weil es im Game Pass dann mit rauskommt, ist es natürlich, wer an solchem Spiel Spaß hat, eine sehr vielversprechende Angelegenheit. Ja, was kann man sonst noch zu sagen, wenn ihr es nicht im Game Pass zocken wollt, auch rund 60 Euro im Verkaufspreis. Der Hauptfokus liegt auf Einzelspieler, aber meines Wissens soll wohl auch irgendwas mit Multiplayer kommen. Also wer da unbedingt auch Multiplayer Aspekt dabei haben möchte, der sollte vielleicht was auch geliefert bekommen an der Stelle. Und in diesem Sinne gehen wir weiter zum nächsten Titel, den ich mit für euch dabei habe. Als nächstes werfen wir einen kurzen Blick auf Ark 2, also die Fortsetzung vom ersten Teil. Und im Hintergrund seht ihr ein bisschen was und vor allem Vin Diesel hier. Ihr habt ihn bestimmt erkannt. Und es ist nicht nur so, dass er als Hauptcharakter in diesem Game dabei ist. Nein, er ist auch Executive Producer bei diesem Game. Also er ist mit am Start, wenn es um die Produktion hier geht. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. Das Game wird aber dieses Mal meines Wissens nur in der Third-Person-Perspektive erscheinen. Der erste Teil war ja in der First-Person-Perspektive. Und einige sind damit nicht ganz so zufrieden, andere feiern das. Also da gibt es natürlich wieder verschiedene Meinungen auf die gleiche Sache. Das Ding wird mit der Unreal Engine 5 kommen. Deswegen sieht es auch so aus, wie ihr es im Hintergrund sehen könnt. Ziemlich, ziemlich schön. Es ist ein Open-World-Survival-Game. Wer darauf steht, wer den ersten Teil gemocht hat, wird sich natürlich hier auch wieder ganz zu Hause fühlen. Es geht also darum, hier auch sich was aufzubauen. Ein umfangreiches Crafting-System ist mit dabei. Die Dinos werden natürlich eine riesige Rolle einnehmen im Game. Und ansonsten, ja, es ist im Game Pass dabei. Direkt zeitexklusiv erstmal für Xbox Series XS und den PC. Das heißt für Playstation-Spieler wahrscheinlich ein bisschen Wartezeit mit verbunden, bis das Game auch für Playstation 5 dann rauskommen kann. Wer es nicht im Game Pass spielen möchte, muss wahrscheinlich so etwa 60 Euro Rohnen auf den Tisch legen. Und damit weiter zum nächsten Game. Als nächstes reden wir über Avowed. Und auch wie bei Arc 2 haben wir hier noch keinen konkreten Termin, wann das Spiel in den Game Pass finden soll. Anvisiert ist natürlich 2024, weil man hier auch den Release noch erwartet. Ihr seht im Hintergrund, es wird jetzt hier in der First-Person-Perspektive gespielt. Allerdings wurde auch bekannt gegeben, letztens, dass es auch in der Third-Person-Perspektive gespielt werden kann. Die haben den Kampf überarbeitet, der ein bisschen in der Kritik stand, zu wenig Effekte mitzubringen. Das Game spielt in der Welt von Pillars of Eternity. Wer die zwei CRPGs gespielt hat, wird sich also ganz zu Hause fühlen. Aber es wird nicht so sein, dass man diese Byte-Games gespielt haben muss, um die Story zu verstehen. Das heißt, wer jetzt wirklich anfangen will, ohne Pillars of Eternity gezockt zu haben, der kann das problemlos tun. Ihr habt bei der Charaktererstellung die Auswahl zwischen Mensch und Elf, soweit ich weiß. Und ja, es ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich etwa 30 bis 50 Stunden andauern wird für euch. Es gibt keinen Multiplayer-Modus, das heißt auch eine reine Singleplayer-Erfahrung. Umgesetzt ist es mit der Unreal Engine 4. Es kommt für PC und Xbox Series XS erst mal nur raus. Und es wird ohne den Game Pass so auch um die 60 Euro kosten. Ja, ihr seid hier auf einer Mission, auf so einer Insel und ihr müsst dann was rausfinden. Ihr seid im Auftrag von dem Big Boss hier unterwegs und müsst euch auf die Suche nach Mysterien und Geheimnissen machen. Hier gilt es natürlich auch mit vielen NPCs zu quatschen. Ihr könnt Begleiter bekommen. Ihr müsst hier auch Entscheidungen treffen. Es gibt ganz viele verschiedene Wendungen und Veränderungen während der Geschichte, je nachdem welche Auswahl ihr trefft im Dialog mit verschiedenen NPCs. Ihr könnt auch eure Mission auf verschiedene Arten und Weisen erfüllen, zum Beispiel mehr schleichen oder eben haut drauf direkt rein. Ihr seht hier auch ein paar Begleiter, die ihr hinzubekommen könnt im Laufe eurer Reise. Das heißt, ihr habt auch Begleiter, allerdings sind die einfach dabei und ihr müsst euch nicht aktiv um die kümmern, so wie zum Beispiel beim CRPG Pillars of Eternity. Also falls euch hier ein RPG zusagt, was nicht in die Richtung ganz mit Skyrim vergleichbar ist, das sind viel, viel abgetrenntere Zonen. Es ist also nicht wirklich so ganz riesige Open World, aber vielleicht Skyrim-Liebhaber könnten sich hier tatsächlich doch irgendwo wohlfühlen, auch wenn es eben diese Open World in Skyrim nicht ganz mitbringt. In diesem Sinne gehen wir weiter zum nächsten Game. Indiana Jones The Great Circle wird im Game Pass erscheinen und im Hintergrund seht ihr, das Game wird ausschließlich in der First-Person-Perspektive gespielt werden. Es wird auch viele solche Szenen mit dabei haben, die eben sehr stark auch an die Filme erinnern. Das heißt, hier wird sehr viel dem Film oder den Filmen treu geblieben. Wer also Indiana Jones Fan ist, der, denke ich mal, wird hier definitiv früher oder später mal reinschauen. Es geht also hier um Action-geladene Kämpfe, auch die klassischen Fäustenkämpfe, wie man sie kennt aus den Filmen, zusammen mit der Peitsche und anderen Sachen, Rätsellösen, hier auch mal Klettereinlagen, wie ihr seht. Also ganz im Stil von den Filmen, die man so liebt und kennt. Der Indiana Jones macht sich in diesem Fall auf die Suche nach dem Artefakt The Great Circle. Und man hat hier auch die 1930er Jahre wieder und die werden ziemlich cool dargestellt, eigentlich so, wie man es auch erwarten würde, wie man es auch aus manchen Filmen kennt. Es ist noch nicht genau bekannt meines Wissens, wie lange die Spielerfahrung dauern wird. Ich habe mal was aufgeschnappt von 20 Stunden. Allerdings ist das keine bestätigte Information. Ich bin da weiterhin gespannt, welchen Umfang dieses Game dann tatsächlich haben wird. Rätsellösen wird natürlich dabei sein, wie ihr hier seht. Und was wäre Indiana Jones ohne solche Rätsel fallen und entdecken und rumgrübeln und einfach tolle Sachen entdecken und finden. Also Schatzsuche wird auch eine Rolle spielen. Das kommt für PC, Xbox Series XS raus und ohne Game Pass wird es wohl auch so um die 60 Euro kosten. Publisher ist in dem Fall Bethesda Game Studios und wir gehen weiter zum nächsten Titel. Last but not least werfen wir einen kurzen Blick auf 33 Immortals. Der Name hat auch einen Grund, denn es ist ein Multiplayer Roguelike Action Spiel, in dem ihr mit bis zu 33 Spielern in einer Session loszieht. Und eine Session kann so etwa 1-2 Stunden meiner Information nach dauern. Ihr hackt euch da durch gegen Monsterhorden, aber auch gegen Bosse, findet Schätze und ihr spielt Seelen, die aus dem Jenseits zurückgekehrt sind. So läuft das ganze Ding etwa ganz grob ab. Ihr seht, also ganz klassisch wie ein Roguelike halt eben auch funktionieren wird. Aber eben mit 33 Spielern im Team, das klingt doch schon ziemlich interessant, wie ich finde. Man weiß noch nicht genau, wann es in Game Pass kommen wird. Angepeilt ist eben 2024, weil man noch glaube ich nicht weiß, wann es wirklich released wird konkret. Es kommt allerdings für PC, für Xbox Series XS raus und auch für PlayStation 5. Wenn man es nicht im Game Pass zockt, habt ihr etwa einen Preis von 40 Euro, meines Wissens. Und damit, liebe Leute, verabschiede ich mich heute aus dem Video. Es sind natürlich nicht alle Games, die in Game Pass kommen jetzt in 2024 hier dabei. Das sind nur Highlights, die ich für euch rausgepickt habe, wo ich dachte, einige, die dem Channel hier schon länger folgen, die könnten an solchen Games gefallen finden. Es sind noch viel mehr Games, die in den Startlöchern stehen für den Game Pass auch in 2024 und auch in 2025 noch. Ich blende euch da mit Sicherheit auch noch kurz ein paar Sachen ein, damit ihr kurz sehen könnt, was euch noch erwartet oder bereits erwartet im Game Pass. Es sind einige große Sachen dabei. Auch hier hatten wir jetzt einige große Sachen dabei, die definitiv eine geile Geschichte sind für den Game Pass und den monatlichen Preis, den wir momentan für den Game Pass haben, den wir natürlich auch reduziert bekommen können. Wenn wir mal wieder reingucken wollen für einen Monat, kriegen wir von 1 Euro, können wir im Monat durchzocken. Oder wenn man sich ein Key holt über Keyseller, dann könnt ihr natürlich auch günstiger an den Game Pass gelangen, als er offiziell so verkauft wird. In diesem Sinne, Leute, lasst natürlich gerne ein Like da, wenn euch mein Video gefallen hat. Wenn ihr jemanden kennt, den ihr gerne darüber informieren möchtet, teilt natürlich das Video auch gerne. Würde dem Kanal sehr helfen und ansonsten schaut gerne in der Videobeschreibung rein für dies und das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.